Hossa Internet, EA hat ein neues Need for Speed angekündigt. Das wird auf den Titel Need for Speed Payback und wird wieder entwickelt vom Entwickler Ghost Games. Der bringt wieder das umfangreiche Tuning zurück, führt erstmals in der Serie aber drei spielbare Protagonisten ein. Es gibt nämlich die drei Fahrer Racer, Wheelman und Showman und die drei wurden vom Verbrechersyndikat The House betrogen und wollen jetzt Rache üben. Deshalb fahren sie in zig unterschiedlichen Rennevents der fünf Wagenklassen Rennen, Drift, Offroad, Drag und Flucht, um sich den Respekt im Untergrund zu verdienen. Das Ganze spielt in der Spielermetropole Fortune Valley inklusive Umland. Es gibt also wieder eine Singleplayer-Kampagne mit zig Events, aber natürlich auch diverse Online-Modi, Multiplayer-Rennen und Online-Bestenlisten über Autolog. Es wird wohl nicht nur eine Fortsetzung zu Life is Strange geben, sondern es kommt auch die Vorgeschichte. Denn jetzt sind erste Screenshots und Artworks zu einem Life is Strange Prequel geleakt, zugespielt wurden die der französischen Webseite Gamekult. Und darauf zu erkennen ist, dass dieses Prequel wohl die Vorgeschichte von Rachel Amber und Chloe erzählt. Entwickelt wird das Prequel aber nicht vom Hauptentwickler Dontnod, sondern vom neuen Studio Deck Nine Games. Weder Dontnod, noch Deck Nine Games, noch Square Enix haben sich bisher offiziell zu dem ganzen Projekt geäußert. Die Hauptentwickler von Dontnod arbeiten momentan am Vampir-Rollenspiel Vampire oder für unsere transsilvanischen Gäste Vampir. Nintendo hat neue Infos zum kommenden Bezahlangebot Nintendo Switch Online bekannt gegeben. Nämlich, dass der Dienst 20 Dollar kosten wird, aber nicht im Monat, sondern im Jahr. Im Vergleich mit Playstation Plus oder Microsofts Xbox Live Gold ist das Ganze also verhältnismäßig günstig. Was bekommt man dafür? Man kann Online-Spiele spielen, man kann den Voice-Chat benutzen, man bekommt Rabatte im eShop und man bekommt monatlich Nintendo-Klassiker geschenkt. Anfangs werden das aber allesamt NES-Klassiker sein. Diese Spiele behält man dann, solange man zahlender Kunde ist. Ursprünglich war ja mal die irrsinnige Idee geplant, dass diese Spiele monatlich wechseln und man die dann verliert, egal ob man bezahlt oder nicht. Das ist aber Gott sei Dank vom Tisch. Auch der Starttermin hat sich ein bisschen verschoben. Es wird nämlich jetzt nicht mehr im Herbst 2017, sondern erst 2018 starten. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes, langes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen!